Hallo, willkommen zu einem neuen Video. So, nach längerer Zeit ist es mir wieder soweit. Ja, ich werde ein bisschen aktiver. Sorry, dass es die letzten Tage weniger kam. Ich war erkältet und hatte dementsprechend eher wenig Lust, jetzt was hochzuladen. Wollte mich dann eher auskurieren. Und ja, ich dachte mir, wir spielen mal in dieser und den nächsten Folgen etwas Among Us. Und ich habe das Gefühl, wenn die jetzt hier nicht startet, und dann gehe ich auf einen anderen Server. Jo. So. Hallo. Äh. Moment, ich... Ich gehe mal kurz auf einen anderen Server, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Neuer Server. Und hier geht es jetzt auch gleich los. So. Was werde ich... Es sind hier übrigens neue Rollen dazu gekommen. Äh, es gibt hier jetzt den Scientist, den Engineer, den Shapeshifter und den... Okay, ich bin Crewmate. Und den Guardian Angel. Dazu erkläre ich gleich ein bisschen was. Ähm. Der Engineer ist ein Crewmate, der wenden kann, dass... Ähm. Wie oft er das machen kann, äh, in welchem Zeitraum das ist, glaube ich, dem Host überlassen, wie er es einstellt. Ähm. Dann der Guardian Angel, das ist ein Dead Body, der andere vom Kill beschützen kann. Äh, dann gibt es einen Scientist, der kann immer wieder nachschauen, äh, ja, ähm, wer noch lebt, wer noch... Äh, wer tot ist. Und der Shapeshifter, den gibt es auch, der kann sich in andere Spieler verwandeln. Und sich als andere Spieler tarnen und so ein bisschen für... für Verwirrung sorgen. So. So, war schwarz, habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl. Ah, ne. Der macht Task. Okay. Navigation müssen wir noch lang. Okay. So. Was macht Zyren da? Okay, hier habe ich keine Tasks. Aber hier habe ich welche. Was macht Lime da? Okay. Bei schwarz weiß ich jetzt, dass der Crewmate ist. Aber dieser Download-Task, der dauert immer so lange. Okay. Ich schalte mal die Tastatur auf Englisch. Okay. So. So. Kaffee und Atmen. Okay. Das Cafeteria und Atmen. so fängt man nach ok weiß war afk also bei schwarz wissen jetzt eher was nicht ich habe ja gesehen der hat visual task macht diesen scan im medbay gemacht ok so dann wollten wir mal orange ich hoffe der liebe herr hat recht orange pink was ist das für eine farbe ist der einzige der geskippt hat safe oder da sehen wir jetzt nicht so schwarz kann ich vertrauen so ich bin mit meinen tasks fertig leim kommt rein lasst uns mal leim alleine excuse moi was ist das denn ein bisschen lauter machen so das wäre geschafft dann schaue ich es mal hier nach so da war niemand braun was was macht braun da eigentlich okay guys it is brown so hallo und was ist jetzt hier los ich gehe mal auf einen anderen server dann sehen wir uns gleich wieder so neuer server ich weiß auch nicht wo der host von der letzten runde blieb so wir sind crewmate wieder your role is crewmate do your tasks genau das habe ich vor schöne schöne rundum sicht der geht am schnellsten dieser divert task zufällig muss ich in die gleiche richtung ich gehe mal auf einem anderen server dann hier au ha ach, grau wo war das denn jetzt los so Ja, was ist los? Was ist denn los? Was? Junge. Oh, normal. Ja, pink gibt's nicht mal. Achso, da meinte Rose. Okay. Null Imposter. Bei null Imposter wäre doch eigentlich die Runde zu Ende, oder? Oh, hier ist's schon. So, Pio, 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 Pio. Die ganzen Asteroiden weg. Ich hasse diesen Task. Der dauert so lange. Der Download-Task, der ist auch total kacke. So. Nach Admin und nach Security muss ich noch. Äh, hallo? Den geht's halt. Ah, nee. Ich hab übrigens vor, demnächst auf Twitch mal live zu gehen. Ich werde mal demnächst einen Livestream bei Twitch machen. Gucken wir mal nach, was wir spielen. Genau, ich werde demnächst mal einen Stream auf Twitch machen. Was wir dann spielen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, ich, ähm, ich, ähm, oh, der, okay, es gibt noch einen Imposter. So. Was wir hier spielen, ähm, guck ich dann mal. Äh, ich werde dann, ich werde dann die, ähm, na. Ich werde euch mal den, ähm, meinen Namen bei Twitch werde ich euch mal verlinken. Dann könnt ihr mich anfreunden oder so. Ähm, so an mir dort beitreten. Ähm, abonnieren oder so ähnlich. Wie soll ich, wie auch immer das heißt, folgen, genau. Jetzt hab ich's. Ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Ähm, ich, die Daten bekommt ihr von mir. Ähm, genau. Und dann könnt ihr gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Den Namen von mir, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und dann werde ich auch in die Kanal-Info packen. Genau. So. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, also dann schreibt es in die Kommentare. Wie sagt meinen Username bei Twitch? Findet ihr in der Videobeschreibung, in der Kanal-Info. Ähm. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dahin! Bis dahin! Bis zum nächsten Mal.